Was tun Sie da? Ich wollte nur Hallo sagen. Hallo. George Pemberton. Serena Shaw. Ich finde, wir sollten heiraten. Ich hätte nie gedacht, dass ich dich finden darf. Oder überhaupt jemanden. Wie viel gehört dir? Uns. Ich wüsste gern, was Sie von unserem kleinen Betrieb erzählen. Was Sie in neun Monaten geschafft haben, schafft man auch in sechs. Ist sie deine Frau oder Teilhaberin? Beides. Ich fürchte, ihre Aktien reichen nicht mehr aus zur Sicherung des Darlehens. Unsere Zukunft, unsere Träume, wir werden alles verlieren. Wir hatten versprochen, uns immer alles zu sagen. Ich wollte dich nicht ängstigen. So eine Frau bin ich nicht. Du bist nicht mehr derselbe. Das Einzige, was sich verändert hat, bist du. Ich will, dass wir alles um uns herum vergessen. Du hast einen Sohn. Du lügst. Ich würde gern mit ihrer Frau reden. Es ist jemand ermordet worden. Sie müssen so weit weg von diesen Bergen wie möglich. Er hat dich getrogen, George. Alles, was du getan hast, hast du für uns getan. Ich kann dich nicht verlieren. Ich kann dir jetzt nicht mehr ganz gut. Ich kann dich nicht verlieren. Ich kann dich nicht mehr zu sagen. Ich kann dich nicht verlieren. Ich kann dich nicht verlieren.